Ich glaube, in unserem Strich waren 22 Akteure sehr gut am Platz heute und einer konnte das Niveau nicht so ganz halten. Nach der 55. Minute und bis dahin war es ein Superspiel und ich habe mich auch vor allem darüber geärgert, dass mit dieser zweiten gelben Karte, die Naby bekommen hat und für das zweite Foul, dann eigentlich das passiert ist, was keiner sehen will. Dass so ein Spiel kaputt gemacht wird und das Schlimme für uns ist, dass das nicht nur das Spiel kaputt gemacht hat, sondern für uns auch die Ausgangssituation für Samstag noch mal richtig erschwert hat, weil wir für einen mitlaufen mussten. Ich glaube, Naby hat für zwei Fouls zwei gelbe Karten bekommen. Naby bekommt für das erste Foul grundsätzlich gelb, für das erste Foul. Wurde aber davor, glaube ich, dutzende Male gefoult und da fehlt mir jetzt ein bisschen die Gleichbehandlung, wenn man so schön will. Aber das war ja nicht die entscheidende Szene, wenn man so will. Entscheidende war vielleicht sogar noch die, die vorher war, wo man zwei aus drei Metern Entfernung in den Elfmeter greift und ihn dann zurücknimmt, weil ein Linienrichter aus 40 Metern Entfernung es besser sieht. Tut mir leid. Das ist ganz, ganz schwer zu akzeptieren. Was da in einem Schiedsrichter vorgeht, weiß ich nicht. So überzeugt, wie er war, als er den Elfmeter gepfiffen hat, hat er keine Sekunde gezögert, kann ich mir nicht erklären, wie man dann aufgrund von einem Hinweis aus weiß Gott was für einer Entfernung dann zurücknimmt. Aber gut. Man kann sich vorstellen, in 120 Minuten mit einmal weniger und dann doch noch auszuscheiden, das muss man als Mannschaft und als Spieler erstmal verkraften. Und ich verstehe die hängenden Köpfe meiner Jungs in der Kabine, die heute alles reingepackt haben und trotzdem nicht belohnt wurden.